Und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7. Weiter geht's im Trailer. Und ja, Bier haben wir auch gefunden. Leider ist es leer. So, wir haben uns gerade ein bisschen Steroide reingepfiffen, damit wir mehr Energie haben. Wirkt sich das eigentlich auf unserem... Nö, gleiche Grafik wie vorher. Die Flinte bekommen ist immer noch ein Ziel und ich weiß nicht, wie wir die Flinte bekommen. Ich weiß nicht, ob das ein Nebenquest ist oder ein Hauptquest. Auf jeden Fall gehen wir erst mal wieder raus. Wir haben immer noch einen Schuss. Ich hasse es immer, wenn sie anruft, die liebe Zoe. Dann passiert Kacke. Bam, kaputtschießen. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für Mia. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay. Und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst du es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Na ja, das wollte ich hören, natürlich. Die suchen nach mir. Nimm den Schirm mit und den klemmen wir dann bei der Schrotflinte da rein. Das sieht auch noch ein Plan aus, oder? Okay. Wie kriege ich diese Kack-Schrotflinte da raus? Also ich gehe davon aus, hier müssen wir nicht hin, weil hier ist... ...ein Puppenkopf in der Toilette. Hey ne, hier. Was ist denn hier eigentlich? Alles klar, da brauchen wir zwei Chip-Karten. Ja, Pillen. Finden hier überall Pillen. Umsonst ist die Tür da nicht. Da passiert auch noch irgendwas. So. Ähm. Okay, das alte Haus ist so noch Brudders da. Freund, ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig, sagt sie. Auch einfach mal rausgerissen. Aber das ist ein guter Garten. Können wir eigentlich auch... Nö. Ist noch hier wieder diese Dingspillen, oder? Was? Nahrungsergänzungsmittel-Pillen, die sich auf das Nervensystem auswirken, müssen zur Verwendung, zur Arznei verarbeiten. Okay. Ich hätte halt schon gerne die Schroppflinte, aber... Ich will mich jetzt auch nicht tausend Jahre im... ...Haus aufhalten. ...Haus aufhalten. Okay. 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 Nö. Nö. Obwohl, die würde jetzt... Eine würde jetzt noch loskichern, das wäre der Shit. Ja, die sind voll entstellt. Was mit dem Kind? Interessiert mich natürlich auch. Und das speichert schon wieder. Gib mir Moni, bitte. Jawohl. Blutegel, da liegt noch einer. Naja, lassen wir ihn da mal. Hä? Warum hab ich's denn? Was ist da jetzt der Unterschied? Für Standardpistole. Und das hier ist eine kaputte, sie ist defekt, aber dann kann sie... Okay. Gute Frage, nächste Frage. Was sieht wie ein Plan für eine Art Flammenwerfer aus? Joa, das ist das Ding, was wir da oben gefunden haben. Die Frage ist halt... Das Ding lag ja schon oben zusammengebaut. Warum soll ich denn das denn? Alter, what the fuck? Das angreift? Scheiße, die sind hier überall. Ich glaube, die greifen mich sonst an. Oh, oh. Oh, das war knapp. Okay. Oh, oh, nö. Oh, nö. Wir sollten aber hier nochmal den Schuss wechseln. Warum? Warum hab ich da nur einen von? Das ist wie so ein Scharfschützen-Schuss, aber... Ich glaube, das war nicht sofort her. Okay, den kriegen wir nicht kaputt. Wenn ich wieder von aus, wir müssen unten drunter durchkriechen. Oder auch nicht. Ah, Flammenwerfer. Okay, okay. Kurz mal überlegt. Flammenwerfer. Macht Sinn. Was sagt die Energie? Oh, Pickelarme. Wo hatten wir das letztens? Bei Stranded Deep. Da hatte ich auch so eine Arme, wo ich krank war. Nicht in einen... In einen, äh... Dings gefallen. Äh, reingeschwommen in einen Kugelfisch. Okay. Sie ist oben. Geh nicht hoch. Da ist noch eine große, da ist noch eine große. Mach sie weg. Die macht schon ein bisschen Schaden. Scheiß, die ist oben. Hier war aber noch nichts drin. Hier ist das Ohmchen vorne reingelaufen. Ach ne, Muttchen. Muttchen war es nicht, Ohmchen. Na, die sieht eigentlich noch ganz gut aus. Festbrennstoff. Geh davon aus, das brauchen wir für den Flammenwerfer. Guck mal, wie der Schrank da hinten bewacht ist von lauter Fliegen. Und wieder Flinten, Moni. Ich brauch diese Kackflinte. Okay, lass die Tür einfach zu. Alles gut. Brauchen wir wieder einen Dietrich. Okay, wir brauchen auf jeden Fall den Flammenwerfer. Man sieht's gerade, die ist oben. Ich soll nicht hochgehen. Aber wenn ich mich recht erinnere, war der Flammenwerfer oben. Karte des Alten Hauses. Die Katze. Nix da. Der giftige Räuber. Das Gemälde zeigt... einem Netz gefangenen Schmetterling. Cool. Dafür brauche ich also... ... aber ich kann ihn noch nicht benutzen. Was mir gar nicht gefällt, dass ich so viel Muni jetzt bekommen hab. Was mir noch weniger gefällt. Dass ich keinen Platz mehr hab. Okay, wir haben wieder Platz. Jetzt werden wir gleich mal kombinieren. Kombiniere, kombiniere. Dann haben wir schon eins wieder. Sehr schön. Weil das hieß noch, ich soll nicht hochgehen. Aber das hieß noch, ich soll nicht hochgehen. Natürlich rennen wir hoch. Als hält uns das ab. Oh Gott. Oh Gott. Oh, wir können speichern. Puh. 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 Ja, wir können mehr tragen. Bam. Zwar nur vier Sachen mehr. Der hat einen Rucksack. Der hat einen Rucksack. Wir sind jetzt Backpacker. Und dann sind wir noch die Flinte finden. Ich überleg gerade. Vielleicht können wir, wenn wir mit dem... Das macht doch Sinn, oder? Wenn wir fertig sind. Wenn wir fertig sind mit dem... Ähm... Mit dem, mit dem, mit dem... Flammenwerfer. Vielleicht können wir den da reinhängen, wo die Flinte hängt. Ich mein, die sind ja von der Größe her. Obwohl, der hat da zwei Stots. So, erstmal jetzt hier wieder weg. Die kaputte Pistole weg. Und die Kackpillen weg. Und solange ich noch keine Schrotflinte habe, brauche ich auch die Schrotflinten-Money nicht. So, Schießpulver behalten wir mal. Ja, den Rest behalten wir mal. Ich frage mich, wofür ich... Einen... Was? Ein entflammbarer Feststoff, der heftig brennt. Wenn der entzündet wird. Ich kann ihn alleine nicht verwenden. Okay, finden wir hier noch was. Ne. Ne. Speichern tun wir trotzdem. Seio, seio. Seio, seio. So. Na ja, gehen wir wieder raus. Gucken, wenn's Mutchen kommt. Also da ist auf jeden Fall... Die Frage ist, warum können wir diesen... Müssen wir das kombinieren? Brennergriff. Das ist gerade mal der Griff. Da schwimmt's rum. Das ist gerade mal der Griff. Okay. Wo ist das Ding hin? Vielleicht müssen wir doch nochmal mit Mia spielen. Obwohl, die konnte den Flammenwerfer jetzt auch nicht aufheben. Konnte sich den nur an... Boah, erschreckt mich denn hier. Scheiße hier. Geh weg. Geh weg. Boah, jetzt versuch ich mal mit der Pistole zu treffen. Boah, da stell ich mir auch geil vor, grad mit W.A., wenn die direkt vor deiner Nase rum... rumfliegen. Aber die waren doch hier noch. Wie komm ich denn jetzt hier... Wieder diese Kackpillen und hier sind wieder Maden drin, oder was? Die dreh ich. Benutzen wir den gleich hier vorne? Ich weiß es nicht. Ob wir den echt hierfür verschwenden? Ach komm, scheiß drauf. Na, zu nein, bitte euer Ernst. Das, was ich jetzt nicht so wirklich brauch. Okay, noch nicht. Au, au, au. Natürlich brauche ich mir noch ne Korbel. Komm her hier. Okay, wir haben alle Teile, glaube ich. Glaub ich, denke ich. Kombinieren. Der würde echt da vielleicht reinpassen zu der Schrotflinte. Hm. Ich bin... gespannt. Wenn wir die hier gleich mal aus... Nee, probieren wir hier nicht aus. Kommt ihr denn eigentlich schon wieder her? So. Jetzt müssen wir echt auf Ghostbuster machen. Was ist das hell? Ich werde dafür nicht so viel ausgeben. Das ist doch so. Ah. Ah. Ich hab ne Idee. Kombinieren. Jawoll. Bam. Flammgranaten. Oh, die muss ich mir gut aufheben. Die muss ich mir richtig gut aufheben. Dann können wir die eigentlich noch kombinieren mit dem Kraut. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Au, die ist los. Ich frage, ich klinge mir das tot. Ah, sieht so aus. Ja, es brennt. Burn, motherfucker, burn. Ah, da muss man sogar lang. War das das, wo wir unten drunter durch? Ja, das war das, wo wir... Okay. Okay, okay, okay. Wieder ne Münze. Ethan? Oh nein, die greift mich wieder an und tötet mich und... Ethan? Okay, dann war die schon mal. Erzähl kein Mist mehr mir. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Ah! Daddy, stimmt's! Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum! Tu etwas! Diese Hilfe! Hilfe! Verdammt! Wie schnell man ihn verunsichern konnte, weil man einfach nur da steht. Und jetzt muss man erstmal wieder hoch. Vorhin tu etwas, wenn man müsste. Bleib draußen! Verdammt! Steck dir ein Messer in den Kopf. Oh, was? 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 Was kann die denn? Warum kann die denn... Die kann Spinden, äh... ...beschwören. Ich weiß jetzt, mit nem Wunsch wär schneller, Leute. Oh, oh. So ein Flammenwerfer wär schneller, aber ich will mir die Muniz... Scheiß, ich glaub, die sind hinter mir. Was? Wo sind denn da noch welche? Ha, für Munition zu schade. Sehr gut. Oh, oh. Au, au, au! Wo kommt die denn her? Warum? Ich will dafür kein Flammenwerfer ausgeben. Hm. Ist jetzt irgendwie ein Ohmchen vorbei. Kommen wir jetzt an der vorbei, ohne dass sie mich gleich sieht. Ich glaub, die ist das nämlich, die mir Bienen auf dem Hals schätzt. Die ist eins mit der Natur, die ist naturpur. Könnt ihr auch abfackeln, aber ich weiß nicht, ob das... Puh. Puh. Okay. Eiskalt an Ohmchen vorbei, ach ne, Mutchen. Oh, nö. Puh. Scheiße, wieder verkehrt rum. Puh. Hm. Schnell weg von der verrückten. Ich will mal interessieren, was passiert, wenn ihr uns kriegt. Ach egal. Komm, wir gehen. Willkommen zur Familie, Junge.